Ich kann keine werfen, ne? Scheiße. Okay, weißt du was? Geworfen. Go. Fahr, fahr, fahr. Alter, was? Jetzt im Ernst? Achtung. Okay, das überrascht mich jetzt auf jeden Fall. Ja, Leute, dann würde ich mal sagen. Kommen da welche noch? Ja, da kommen da welche. Wir warten mal. Wer steht da an der Tür? Für Gidex. Gidex, komm, wenn der Dings da, wer ist das? Leon? Ich weiß nicht, wer ist da? Ich sehe keinen Namen. Doch, Leon. Gidex, komm. Muscle Car Power. Also, es steht, warte mal, da schreibe ich mir auf gleich, ne? Es steht 1-0 für Team Duke. Wie schreibe ich das denn auf, auf mein Zettelchen am besten. Duke 1-0. 1-0. Da merkt man, da merkt man auch schon, da merkt man auch schon, nur Chris B.T. hält irgendwie mit. Was ist mit dem denn kaputt? Okay, Kurumas, berührt euch nicht. Und Yoko Des, ihr auch nicht. Alter, was ist denn mit Kasper und Chris B.T. los auf einmal? Die haben nur so getan, trotzdem, ein Punkt geht an uns. Also, wenn wir einen Soundcheck machen und gucken, wer den besseren Sound hat, würden wir auch gewinnen. Aber guck mal, ich komme näher ran, ich komme näher ran, ich merke es, ich merke es. Hinter mir ist auch, Charlene, hat auch einen Yoko Dev. Zum Glück. Guck mal, ich komme näher ran, doch, doch, doch. Nicht berühren, seid so fair. Ja, das ist schon gelaufen. Die anderen, die hinterher fahren, das ist schon gelaufen hier. Gar hat unsere Ehre gerettet. Ja, Kasper, da wolltest du noch schön reindriften, ne, als erstes. Weil du weißt genau, das zählt erst, wenn man hier rüber ist. Okay. Ähm. Ein Kuruma, kommt mal zu mir. Kasper, okay. So, Kasper. Okay. Komm her. Fahrzeug, ein Fahrzeug. Genau so. Okay. Äh. Komm mal, einer bitte hier mit einer Pumpgun und der schießt in die Luft und dann müssen wir uns versuchen wegzuschubsen. Raphael kommt. Okay, Andi, mach mal Platz, wenn ich dir nach hinten schubse. Wer stärker ist? Warte mal. So, 2-0 für den Duke. Schieß. Wann du willst. Wann du willst? Ja. Kurz schalten machst du, ne? Ah, das kann doch nicht sein. Noch mal, noch mal, noch mal, noch mal. Noch mal. So, der, äh, Dings. Ja, ihr könnt auch testen. Also, kommt Kuruma und Duke O'Dev immer gegenüber. Wir gucken mal. Ohne hochschalten oder kurzschalten oder so. Einfach Vollgas geben, sobald geschossen wird. Nicht mehr bremsen. Keine Handbremse. Wir können auch Kuruma gegen Kuruma machen. Ich denke, dass Kuruma gewinnen wird, weil ein Kuruma ja Allrad hat, soviel ich weiß. Und, ja, doch, der Twitch-Shirt schreibt es auch, hat Allrad. So, ihr könnt auch Kuruma gegen Kuruma machen. Pumpgun Man. Du kannst jederzeit schießen. Go. Was zum Teufel bin ich der Einzige hier, der gewinnt? Ey, du hast hochgeschaltet, du hast kurzgeschaltet, du Sack. Das kann ich auch. Guck mal, wenn du halt einmal so ein Ding, dass der schaltet. Hör auf, hör auf, kurz zu schalten. Du Schwein. Ja, okay, ich gebe es zu. Ein Punkt für Kuruma. Stopp, ein Punkt für Kuruma. Ich habe doch irgendwo einen besseren Stift oder habe ich den auch in meinen Popo geschoben schon? Nein, hier Sachen. Okay, einen Moment. Ah, das ist mein Twitch-Stift. Ich habe einen Stift von Twitch. Merchandise, kostenlos. Okay, ein Punkt geht an euch, ihr Schweine. So, wir brauchen einen reichen Herren. Einen UA-Man mit einem Raketenwerfer. So, Justin, du kannst doch schon mal bleiben. Weg von meinem Fahrzeug aber. Der reiche Herr, der kommt mal zu mir mit einem Raketenwerfer in der Hand. Das ist Lenk-Raketenwerfer. Einen normalen Raketenwerfer. Den, okay. Du hast viel Geld, Joker Batman. Dir tut es nicht weh? Wenn das richtig ist, einmal Finger hoch als Bestätigung. Ja. Okay, Joker Batman, ich möchte, dass du immer auf den Türgriff zielst. Ungefähr in diese Richtung. Das werden wir auch gleich beim anderen machen. Also, Kugelfeuer Nummer 1. Er lebt noch. Nummer 2. Tod. Okay, Justin. Du hast mal dein Auto. So. Gleiche Stelle. Dann würde ich sagen, go. Ha? Zur Bestätigung noch einen, bitte. Nein, nicht von uns, Andi. Von Kuruma. Andi, weg bitte. Dankeschön. So, go. Raphael? Ne, Joker Batman. Achso, du bist extra dahin gegangen. Ja, versuch mal von hinten. Kasper, dreh dich mal einmal um. Und go. Okay, das steht dann aktuell 3 zu 1. Für den Ducke. So, dann. Was können wir denn noch testen, Leute? Genau, wie sicher man in einem Fahrzeug ist. Okay, einen Moment mal. Ach, wir haben hier noch welche, ne? Okay, wir brauchen einen Fahrrad-Ducke zur gleichen Stelle, zur Explosionsstelle. Aua. Äh, Andi, guck mal, da ist doch schon ein Auto. Warum, warum kommst du dann hier hin, Andi? Ich verstehe das nicht. Giftgermann, warst du als erstes hier? Giftgermann steht besser, aber auf jeden Fall GTL-Gamer. Komm mal, fahr mal zu den anderen. Giftgermann, guck mal. Bitte einmal von der Seite, genau. Also. Fahr mal ein bisschen vor. Leute, wir schießen mal mit dem Gewehr, mit irgendeinem Gewehr auf Andi drauf. Und guck mal, was funktioniert, was passt. So schnell kann es gehen. Wieder mal eine GTA 5 Folge erfolgreich beendet. Das war es dann für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mach es gut. Haut rein. Und. Tüdelü. Ihr nicht blöden Wichser. Äh. Das ist jetzt der Teil, wo du deinen PC ausschaltest. Beziehungsweise wegklickst. Beziehungsweise deinen Laptop ausschaltest. Beziehungsweise wegklickst. Beziehungsweise mit deinem Touchgerät. Handy. Tablet. Navigationsgerät. Was weiß ich, was du noch da hast. Mach aus. Komm. Ist Ende, Kollege. Kommt nichts mehr. Mach aus. Stromkosten sparen. Save the world. Und so. Ja, komm. Ey, sag mal. Bist du irgendwie. Was ist denn mit dir los? Hast du Tomaten in den Horn oder was? Wie vor den hinteren. Ist mir doch schässiger, wo du deine Tomaten reinschiebst. Jetzt ist hier Ende, Kollege. Jetzt mach mal die Scheiße aus. Was soll das denn hier? Hallo. Die Person hier ist anscheinend reich. Lässt einfach hier sein Gerät noch am Laufen. Stromkosten, Akkukosten, Internetkosten. Alles hier. Der ist reich. Hallo. Jetzt ist doch mal gut, Kollege. Jetzt mach doch mal die Scheiße aus, Alter. Soll ich immer als erstes wegklicken? Jetzt klickst du weg. Reg mich doch nicht auf, immer, ey. Immer wieder sag ich, dass die Ende ist und du klickst nicht weg. Was ist denn los? Du hast hier nicht... Klick jetzt weg. Weißt du, warte, Alter. Ganz ehrlich, ne? Ich hab keinen Bock mehr auf dich. Ich mach... ... Ich mach... Vielen Dank.